Sollte ich Geld investieren und Pakete auf großen Newsletter-Seiten buchen? Also Newsletter-Seiten bedeutet jetzt, dass du einen Platz bezahlst, um in einem Newsletter zu erscheinen, wo 60, 70, 80.000 Menschen drin sind. Hört sich erstmal ziemlich geil an, aber die Frage ist, du musst Zielgruppenrecherche betreiben, damit du die perfekten Menschen triffst für dein Buch, die nicht nur Interesse an dir haben, sondern die auch dein Buch kaufen und lesen. 60.000 Menschen, da sind ganz sicher ganz, ganz viele dabei, die nicht deiner Zielgruppe entsprechen. Das bedeutet, du bezahlst für ein Paket, ohne wirklich zu wissen, wen du damit erreichst. Denn wenn wir Marketing für unser Buch machen, dann muss Marketing planbar sein, dann muss Erfolg planbar sein. Denn so, wenn Erfolg nicht planbar ist, können wir nie sagen, okay, das hat sich jetzt gelohnt, hier 400 Euro zu investieren oder es hat sich eben nicht gelohnt. Ich möchte jetzt keine Buchbewerbungsseiten hier schlecht reden, das ist meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, aber sobald dir der Anbieter nicht sagen kann, okay, ich erreiche für dich hier 2000 Frauen, die genau auf dein Profil drauf passen, auf dein Liebesroman, würde ich den Dienst nicht buchen. dass meineelsh sweeping, viele Menschen in一些лонionen das____,